So, hallo! Hallo! Wir sind wieder. Findel... Quatsch! Nein, die darf nicht! Findel spielt ja immer arg mit mir. Aber Susi spielt heute mit mir... Wimmel! Wimmelbild, die innere Schönheit. Und wir sind jetzt hier... Letztes Mal haben wir das Dach von dem Haus von dem kleinen Jungen da kaputt gemacht mit einer Bohne. Und das sind wir jetzt hochgeklettert. Wir sind schnell abgehauen, deswegen sind wir jetzt hier oben. Sogar ich bin da hochgeklettert. Und die freut sich wieder, die kleine Eule. Dann sieht sie wieder was. Zum Beispiel das Gebämmsel da. Da, der Vogel! Oh, der kleine Vogel! Danke schön, kleine, süße Eule. Die mag es mir! Nein, meinst du noch mehr? Ich will das erstmal da einsetzen. Ja, dann haben wir das abgefrühstückt. Meinst du? Eierbole! Entferne die falschen Symbole vom Papier, indem du die auf den Eiern angezeigten passenden Symbole auswählst. Es bleiben fünf korrekte Symbole übrig. Guck mal, die freuen sich. Also das Eimer sieht aus wie ein Fisch. Ach du Scheibenkleister! Die hüpfen immer niedlich. Was soll ich das denn? Kannst du die Eier anwählen? Nein, die Eier! Ein V. Jetzt verstehe ich nicht. Hm. Du musst eine Kralle nehmen. Das sind bestimmt drei Teile. Okay. Kauf eine Kralle und eine V. Moment. Ah, das weiß ich. Mach nochmal. Mach nochmal auf das Ei. Siehst du jetzt in der letzten Spalte das dritte von oben? Hä? In der letzten Spalte das dritte von oben. In der letzte Spalte dritte von oben. Das? Nee! Das. Dritte von oben. Das? Ich beiß nicht gleich. Das? Ja. Ja, aber ich weiß nicht, was wir da machen können. Weil hier sind drei Löcher. Ja, so. Und wenn ich da raufklicke, dann macht er sowas. Ich verstehe es nicht ganz. Kannst du das Symbol nicht da hochziehen? Nee. Hey. Aber das ist der Flügel. Ach so. Ich glaub, ich weiß. Klick mal auf den Flügel. Dann klickst du auf das... Dann klickst du jetzt oben auf das, dass die drei auf dem Häubchen, auf dem Kopf, dass die drei Pingel da. Ich weiß doch nicht, wie man das sonst nennen soll. Und das Beinchen. Lecker. Ja, da musst du einfach gucken, was auf dem Bild ist. Lecker Pfauenbeinchen. Hm. Das dritte. Nein, das andere Bein. Vorritig. Wow. Schau Papa was an. Das Schwänzchen. Ich seh das Schwänzchen. Ja, und? Den Mund. Den Mund da oben. Mit dem Geschnörkel. Zweite Reihe. Das dritte. Ist der Mund? Oder was das sein soll? Zweite Reihe. Das da. Jetzt ist es wieder weg. Aber das musst du anklicken. Das. Okay. Oh mein Gott. Oh. Ich seh nix. Da. Den Schwanz da unten, was da runterhängt. Das, ne? Nee, dass das da runterhängt. Das ist doch das in der Mitte. Das hab ich doch angewählter. Das rechte Teil, was da unten runterhängt. Das. Das. Kannst du dich verarschen? Das ist es doch gewesen. Ja, ich hab weiter rumgeklickt, da ging das. Ja, da kann ich nichts tun, aber das war's. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ah, ich seh auf dem Flügel. Das sieht aus wie ein Auge. Nein, da unten. Tiefer. Das ja. Und. 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 Da. Der Fuß. Guck mal. So. Und jetzt? Wir haben einen Zettel gekriegt. Okay, wir haben einen Zettel. Symbole. Ach ja, es sind ja fünf übrig geblieben. So. Jetzt gehen wir mal nach oben. Jetzt krabbeln wir mal wieder rauf. Und krabbeln wir mal wieder runter. Und krabbeln wir mal wieder rauf. Okay. Jetzt fändest du das geöffnet, mal so einen neuen Weg finden heranzukommen. Wir brauchen einen Ballon. Wir brauchen den Ballon. Ballon? Ja. Auch Ballon. Ein Ballon. Doch, aber zum Aufpumpen hast du Miet. Und zum Blasenpumpst ins Bank. Ist aber kaputt. Hm. So was. Da war was. Das sind Symbole. Die Zahner könnten die Symbole manipulieren, wenn wir die richtige Kombination hätten. Dann guck mal auf deinen Zettel. Ja. Ich hab den aber nicht. Doch, den hast du. Ja, nun. Minispiel. Und die Wandsepudel so an, dass sie denen auf deinen Zettel entspricht. Ähm. 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 Das kannst du vielleicht nach unten schieben eins. Mach mal diesen Kringel, der ganz rechts ist. Ein. Ne, doch nicht. Dem meinte ich nicht. Mal den den anderen rechts. Das andere rechts. Das. Tu das nach jetzt. Zum anderen links. Ins vierte Feld nach unten. Ich kann da nirgends was hin tun. Ja. Irgendwie. Ich hab das irgendwie nicht verstanden. Ich weiß nicht genau, was ich hier soll. Das geht doch nicht. Ich dachte, das sind Fäden. Das hab ich nicht verstanden. Was machst du denn reinvoll? Da ist eins. Hä? 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 Diese Anordnung ist nicht so merkwürdig hier. Das verstehe ich auch nicht. Nein. Oder? Giovanna. Ehm. Mh. Hm. Ob. Hallo, vielleicht musst du nun die raus suchen, die auf dem Zettel drauf sind. Egal welche Reihenfolge oder? Das ist ja nicht da, das ist nicht da, das ist da. Schau mal den Kringel, der da unten ist, diese Spirale. Ja, die da, meine ich, das ist die Mar, die ist gut. Das ist gut, jetzt ist da unten das noch. Was fehlt denn noch? Das da, ne? Das fehlt noch. Das. Keine Ahnung. Puff. Passte. Oh, Wimmel. Noch ein Wimmelbild. Das kann aber fehlen. Löwenköpfe fehlen. Dieser Klopfer ist unvollständig. Klopf, klopf. Ach so, Ringe. Wir machen erstmal alle Klopfer, ne? Genau. Da oben auf dem Kästchen ist noch einer. Da noch ganz oben, da ist noch einer. Genau. So, hier ist aber die weiße. Weihnachtsglocke. Weihnachtsglocke? Weihnachtsglocke. Und dann einen Löwengürtel. Ein Blatt und ein Ast. Das Blatt, das ist keine Weihnachtsglocke. Das ist eine Weihnachtsglocke. Das Blatt ist da über dem Stein. Auch mit dem Rödi. Über Hö, 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 Hö. Eine Haarspange und eine Münze. Was ist das denn hier? Edelweiß. Türknauf, Sonne. Edelweiß. Vase mit Blumen. Das kannst du in die Vase tun. Oder sowas. Löwengürtel. Löwengürtel. Hose. Das war der Löwengürtel. Axt. Verfluchte Axt. Axt. Ganz schön zu sehen. Türknauf, Sonne. Türknauf. Türknauf ist ja ganz oben, links in der Ecke. Da. Ja. Wo ist denn die Vase? Ich seh keine Vase. Nee, das ist keine Vase. Was haben wir denn noch? Haarspange, Münze. Eine Sonne. Das ist die Münze. Und eine Sonne. Haarspange. Und eine Sonne. Und eine Sonne. Sonne. Auf dem Sechsten ist auch noch ein Sinn. Hier ist auch was hinter. Was war das denn? Hohensteine. Hohensteine. Sonne. Vase mit Blumen. Da muss man die Blumen reintun. Sonne und Muschel. Muschel. Hier war irgendwas. Da sind Muscheln. Da sind Muscheln. Und die Sonne sehe ich nicht. Ne. Die sind Sonnenstrahl. Ich seh die Sonne. Die ist auf einem Glas. Auf so einer Flasche. Ganz rechts unten. Ach da. Da hab ich doch immer hingeguckt. Aber da die nicht gelb war, hab ich es nicht mit einer Sonne in Verbindung gebracht. So war aber jetzt die Vase. Schafft. Wir kriegen ein Seil. Zack. Achtung. Müssen wir da ran kluten. Damit wir da hochklettern können. Ja. Nein. Nein. Oh Mann. Ist das anstrengend immer da rauf zu klettern? Ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich das Seil anwählen. Ja, dann tu das doch auch. Ein Seil. Geil, ein Seil. Schickst du ihn hoch? Das Seil antütteln. Hoffentlich kann ich eure Knoten machen. Wo die da hin? Ach, wie lieb. Ja, Speisesaal. Ich habe das Gefühl, dass ich den Aussehen lieber nicht treffen möchte. Ja. Einen der Ritter fehlt der Helm. Tja. Haben wir nicht. Dann können wir spielen. Münzen. He he. Das ist ja ein lustiger Grip. Oder gehört das nicht da rein? Moment, da müssen wir ja mehr suchen. Habe ich auch gerade gesehen. Ich habe nur so rumgeklickt. Da ist ein Knopf. Der ist da hinter am Rücken. Ja. Ja. Ein Dreieck ist unten an dem Geschnörkel aufgedruckt. Ein Stirn. Ist am Kopf. Und eine Nadel. Das müsste eigentlich irgendwie sein. Ah. Eine Nadel. Ach, die ist ganz, ganz unten links in der Ecke. Ja. Wir bekommen einen Faden. Einen Faden. Ne, für den Bogen hier. Für den Bogen. Das ist aber ein Mini. Mini-Bogen. Das macht nichts. Guck doch mal rechts an dem komischen... Ach. Das ist ja witzig. Kannst du den... Das Loch führt in den nächsten Raum. Dann kommen wir ja ran. Kannst du den Dings nehmen und dann mit dem Bogen abschießen? Bist du jetzt klein? War die Geschichte nicht so, dass du so ein Däumling bist, wenn du die Bohne hochklitterst? Da waren doch im Land der Riesen, oder nicht? Hm. Ich weiß das nicht mehr. Äh? Und das soll jetzt... ...heorische Haar. Da soll einer draufkommen. Ja. Hä? Das verstehe ich auch nicht. So wie wir starten. Ich dachte, das wäre jetzt dein Pfeil. Das ist ja wohl nicht wahr. Süß. Schatzkammer. Das finde ich auch süß gemacht. Da ist der Riesen. Siehst du, ich wusste, da war was mit Riesen. Pst. Oh. Da verkritte doch eine Glase. Kennst du das nicht? Das ist Schlafmittel. Das tropft mir in seinen Kopf. Und zwar mit dem Blasebike. Das ist da von Time Bandits. Wenn ihr den Film mal... Ne? Ganz toller Film. Time Bandits. Kann ich nur empfehlen. Sehr lustig. Da blasen die dem Riesen mit so einer... mit so einem kaputten Blasebike Schlafmittel ins Gehirn. Die kleinen Zwerge. Das ist ganz lustig, der Film wirklich. So. Ich bezweifle, dass ich den Schlüssel des Riesen finden oder aufheben kann. Das bezweifle ich auch. Aber wenn du so groß bist, wie du klein bist, dann müsstest du durchgehen können. Das meint, warum ich denn meine ganze Säure hier mit habe? Ne, weil die Flasche ist irgendwann leer. Mit der Eule! Ich kann jetzt gleichzeitig untersuchen und hochhalten. Womit könnte ich nur anheben. Mit der Eule! Ja, die freut sich ja schon. Ich kann aber nichts hier weiter anwählen. Und die freut sich zwar. Fiep! Aber auch noch ein Geheimnis. Passt doch noch. Ah! Da gehören die hin. Da haben wir die endlich auch. Mein Minispiel. Minispiel. Dreh die Scheiben so lang, sodass die Kanäle ineinander greifen. Dreh die Scheiben aus, um sie zu drehen. Mein Lieblingsspiel. Na gut, das war ja leicht. Ich habe mich jetzt schon auf Stunden über Stunden drehen eingestellt. Was ist da drin? Oh, Wimmel! Komm mal, richtig viele finden. Ach du nee! Ach du nee! Das sind diese Bohle auf den Münzen. Ach du nee! Toll gemacht. Phönix! Kann man nicht anders sagen. König, Theater, Pegasus. Pegasus ist auch. Bewegungfrau. Glück. Glück ist vielleicht ein Kleblatt. Kleblatt sehe ich in der Mitte, oben. Teufel. Teufel ist ja dreizackt. Der ist ganz, ganz links mittig. Da gehören immer zwei zusammen, oder wie? Aha. Dann dein Mann da unten. Dem sind immer zwei zusammen. Guck, ob du den Zettel baum und sägst gleich Ast. Flügel und Pferd ist Pegasus. Aber was ist Glück? Theater sind die beiden Masken. Glück und... Das ist ein Hufeisen vielleicht noch. Nee. Ja, das ist fast gut. Sparitte. Bohnenstange. Da ist eine Bohne. Bohnen? Bohnen ist in der Mitte. Da. Jetzt brauchst du nur eine Stange. Hast du nicht eben sowas gehabt? Bestimmt. Aber wo? Amor. Amor. Amor ist bestimmt das und ein Männchen oder so. Baby. Das ist aber Piranha. Phönix ist ein Vogel und Feuer. Pirat. Pirat sehe ich. Ich sehe dann die Piratenflagge. Geh mal mit der Maus hoch. So, und jetzt nach rechts. Ja, ich habe auch einen gefunden. Juhu. Diamantring. Was haben wir denn noch? Diamant habe ich. Jetzt brauche ich nur noch einen Regen dazu. König. Hier. Das. Teufel. Teufel. Feuer sehe ich. Ich sehe das Feuer. Das ist jetzt da ganz oben links. Das ist irgendwie ein Tropfen hier. Bohnenstange. Wasser und Bohnen. Gleich Bohnen. Ach ja, wir haben die Bohnen hier gegossen. König. Da ist eine Tasse. Jakobs Krönung, ne? Das ist König. Ja, und da oben ist die Kanne dazu. Ganz oben rechts. Aber das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Glück. Glück. Was gehört mit zu Glück? Regenbogen. Wo denn? In der Mitte unten. Hm, so. Meerjungfrau. Das könnte das Wasser sein. Das waren die Hörnchen. Meerjungfrau. Nimm mal den Vogel da in der Mitte. Und dann das Feuer ganz oben links. König ist ein Mann mit Krone. Hattest du nicht eben eine Krone gehabt? Krone, kein Hund. Kann ich auch nicht auswählen. Nee. Buben? Amor? König. Nimm. Nee. Auch nicht. Meerjungfrau ist ein Fisch. Amor hier. Herz und Bogen natürlich. Nimm mal das Mädchen. Ja. Und ein Fisch. Ah ja. König. Immer noch König. König. Da. Die Krone sah man gar nicht. Ich wollte die Spinnwebe nicht angucken. Nee, nee. Nicht. Da Jong-Hälfte. Wo ist sie denn? Und bin dann ja auch die Hälfte. Da. Kam so noch Schütz. 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 Was hast du denn? Hälfte. Was ist die andere Hälfte? Ich weiß nicht. Dahinter. Hat er noch einen Ballon? Und jetzt? So ein Ballon. Danke, liebe Euge. Anheben. Anheben. Ja, wir brauchen noch mehr Ballons. Tu. Ja. Da war doch irgendwo das Teil oder so. Das war hier drin, ne? Ja, das ist der Helm. Aber da kannst du den Ballon antütteln. Das ist ein bisschen geht. Ah, da bräuchte die anderen beiden auch. Einer war doch draußen am Turm. Ich weiß. Komisch, das Ding kommt ran. Und dann erst geht die Euge das holen. Ja, witzig, ne? Irgendwie stimmt die Reihenfolge nicht so ganz. Da war noch ein Ballon irgendwo. Ja, einer fehlt noch. Aber hier ist er nicht. Wer ist denn? Da? Ja. Da ist er. Schön. Jetzt geht mal wieder rauf. Ja, rennen in die Kartoffeln. Noch weiter rauf. Jetzt töten wir die Ballonskarte an. Und einen kleinen Helm. Und einen kleinen Helm. Wie kommt denn? Da, wieder das Symbol. Sehr mystisch. 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 Ganz oben. Nee. Das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Nicht? Nee. Schon wieder rum? Ja. Boah. Bis demnächst. In der nächsten Folge, dann machen wir das. Genau. Tschüss. Tschüss.